Guten Morgen ihr Lieben, es ist Dienstag, 10 Uhr, was ist 10 Uhr? Und nachdem ich den ganzen Tag im Café gesessen habe und gearbeitet, treffe ich mich heute mit Lena. Wir treffen uns an der Fulton Street Station, also nahe der Brooklyn Bridge. Und dann zuckeln wir darüber und schauen uns ein bisschen Brooklyn an, weil wir beide gesagt haben, hm, was ruht man vorbeischauen. Und ich bin jetzt auf dem Weg mit Blick auf das World Trade Center und wieder durch Chinatown. Und ich habe nur nicht wirklich was gegessen, außer einen kleinen Nussriegel gerade. Ich brauche einen Kaffee. Also wir sind jetzt auf der Brooklyn Bridge angekommen. Lena ist jetzt da, ich habe nicht gelogen, sie ist tatsächlich da. Und wir latschen jetzt da rüber und holen uns einen Sonnenstich. Und ich bin da Spitz. Wir suchen jetzt Internet und dann machen wir einen Schlachtplan. Was? Was für uns angucken. Schlachtplan. Schlachtplan. Äh, ja. Wir haben uns jetzt eine Stärkung bei Starbucks geholt. Und Lena hat gleich mal den großen Becher genommen. Das soll ja auch wirken. Dann haben wir einen kleinen Plan geschmiedet. Wir haben festgestellt, upsie, da fährt man ja überall mindestens 30 Minuten lang hin. Ich hatte vergessen, dass Amerika so groß ist. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal für mich. Das sieht so klein aus auf der Karte. Brooklyn ist es so, ich dachte wirklich, dass es leer aneinander ist. Guck mal, da ist ein Shake Shack. Warst du schon mal bei Shake Shack? Ja, bei Shake Shack. Nein. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt darf Lena was sagen. Lena, lass doch. Die paddeln da. Wie lustig. Aber reinfallen will man da nicht, ne? Strand, ne? Boah. Fast. So mit Kran und so. Die Brooklyn Heights waren heiß. Es gab keinen Schatten. Also eigentlich so zu Mittagszeiten ist es nicht so richtig zu empfehlen. Und jetzt sind wir hier auf der Suche nach der nächsten Metro Station. Wir sind auf der Jérôme L'Homme L'Homme. Es war zu französisch. Zu französisch sagt man das bestimmt nicht. Und dann gibt es klimatisierte Metro und was zu essen für. Und hier ist aber eigentlich jetzt so ganz nett. Lena muss jetzt nach Target. Bist du excited? Ja! Ja, Lena hat mich verführt. Wir kaufen jetzt gleich das da. Oh nein, überhaupt nicht Palio. Aber, Entschuldigung, diesen Slaver muss man einfach probieren. Wir sind gerade bei Whole Foods und machen Mittagspause. Nachdem wir irgendwie gefühlt eine Stunde durch die brande Sonne gegangen sind. Hedda hat schon eine masochistische Ader. Und jetzt gibt es das hier. Sieht nach einer ausgewogenen Mahlzeit aus, oder? So, jetzt sind wir angekommen. Wir haben noch ein Presspaket dabei, ein paar Reste. Und jetzt wird entspannt. Ich habe gerade schon gesagt, ich würde mich jetzt auch einfach irgendwo an See legen. So, in Fatten, natürlich. Weil ich glaube, Sonne hatten wir heute. Sonne hatten wir reichlich. Genug. Das ganze Jahr über, dienstags und samstags frei. Und dann kann man sich das Grün anschauen. Das ist jetzt der Japanische Garten, weswegen ich hier bin. Ohayo, konnichiwa. Itatakimasu. Ohayo ist guten Morgen. Cool. Und itatakimasu ist guten Appetit. Mhm. Und dann kenne ich noch... Anata... ...wa... ...ne... ...anat...ne... ...watashi no neku wa baka desu. Das heißt, meine Katze ist gut. Und jetzt nochmal alle im Chor. Haniki, Nana, Natasch. Lena habe mich verabschiedet. Die ist jetzt weitergefahren mit der Metro bis hoch zum Times Square. Ich schnurfe jetzt langsam nach Hause. Und ich glaube, dann steht heute Abend nicht mehr so viel an. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Und ich denke aber, ich werde morgen nochmal bloggen, wenn ich mit Lena unterwegs bin. Noch einmal im Meatpacking treffen wir uns morgen. Und packe das dann alles in einen Block. Mit Tüte. Bis morgen.